Die zentrale deutsche Fachbibliothek für Medizin und Lebenswissenschaften ist ZB Med in Köln und Bonn. ZB Med stellt mit Livivo ein großes Suchportal mit 67 Millionen Datensätzen zur Verfügung. Mit Livivo können wir kostenlos in den bibliografischen Daten von 50 Fachdatenquellen sowie zum Beispiel in den jeweiligen Abstracts suchen. Livivo ist also eine Metadatenbank, denn auf die Volltexte können wir nur mit den entsprechenden Lizenzen zugreifen. Um die Lizenzen der Universitätsbibliothek Leipzig zu prüfen, klicken wir einfach auf UBL Volltext. Für unsere Suchbegriffe werden automatisch Synonyme, Pluralformen, Abkürzungen und Übersetzungen mitgesucht. Wenn wir auf Nummer sicher gehen wollen, sollten wir diese aber per Hand eingeben. Leerzeichen werden dabei im Portal automatisch als Boolshow-Operator AND interpretiert. Trunkierungen werden mit dem Sternchen angegeben und Phrasen, also feste Wortgruppen, können in Anführungszeichen geschrieben werden. Literatur, die an der UBL Leipzig nicht verfügbar oder lizenziert ist, kann häufig trotzdem digital genutzt werden. Dafür benötigen Sie eine kostenfreie Lesekarte von ZB Med. Diesen Fernzugriff bestellen Sie einfach via E-Mail bei den KollegInnen. ZB Med. Diesen Fernungszeichen. ZB Med. Diesen Fernseh 리x. ZB Med. Diesen Fernseh. Die Bahnhof-ZB Med. Diesen Fernseh.